Denken Sie, Sie wären alt. Sitzen Sie den ganzen Tag vor Ihrem Laptop und verkaufen Ihr ganzes Eigentum aus Ihrer Jugend. Dann denken Sie positiv, denn jetzt ist Schluss mit dem Altsein. Hören Sie auf den ganzen Tag Bundesliga zu schauen und unternehmen Sie mit Ihrer Frau etwas. Sollten Sie im Rollstuhl sitzen ist auch dies kein Problem. Ihre Frau ist bestimmt so nett und könnte Sie schieben. Als Alternative könnten Sie sich auch einen elektronischen Rollstuhl kaufen. Denken Sie immer daran, Sie sind nur alt, wenn Sie es wollen. Das Alter spielt sich im Kopf ab und nicht auf Urkunden und Dokumenten. Aus jedem Tag, wenn er auch nicht so ist wie er sein soll, muss man das Beste daraus machen. Aktiv sein und Pläne schmieden ist keine Farge des Alters. Vergessen Sie Sturm der Liebe und laden Sie sich noch heute ein Superspiel runter und zocken Sie. Wir können Ihnen Call of Duty oder GTA empfehlen. Das sind Superspiele auch für ältere Menschen. Ihre Frau spielt sicher gerne mit. Viel Spaß noch mit Ihrem fröhlichen Leben. Und verzweifeln Sie nicht, denn Sie haben immer noch einen Laptop.